Hallo, hier wieder bei den Times on News vom Roten Sofa. Ich brauche noch einen Augenblick, ich bestelle gerade Pizza. Ja, hallo, ich würde gerne Pizza bestellen. Und zwar die sieben. Aber hier steht dabei Spam, Paprika, Brokkoli und Spam. Geht das auch ohne Spam? Die neuen. Ja, nee, das ist ja Spam, Brokkoli und Paprika. Ich will aber komplett ohne Spam. Nein, ohne Spam, kein Spam. Auch nicht Spam, Spam, Brokkoli, Paprika und Spam. Ja, dann einfach eine Margarita. Äh, Timezone, Weißenburger Straße. Wie eigentlich jeden Mittag. Sie müssen uns eigentlich mittlerweile kennen, oder? Okay, alles klar, bis gleich. Na, hoffentlich geht es wenigstens schnell. Hier, die Margarita. Ach, super, danke schön. Wenigstens, wenigstens das. Na, okay, hier, stimmt so. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Nee. Das gibt's nicht. Die ist ja doch mit Spam. Da muss ich hinterher. Bis nächste Woche. Ein schlafendes Kind, ein süßer Traum, schwebt im Sternenraum. Leben bleibt Geheimnis und Möglichkeit.